3, 2, 1 Und damit hallo und herzlich willkommen zu Savage Lands in dem Build Ich glaube 7.1 ist es oder 7.2, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen Aber egal, der Bogenback soll weg sein und hier ist euer Poxplay Oder euer Pox besser gesagt Poxpenis oder so Ich weiß nicht, ich kann bei dem Spiel nicht ernst bleiben, ja Kannst du auch nicht, ja Der mit den geilen Tattoos und dem, äh, ne egal Und ja, ich bin halt heute mal ein bisschen grün, habe ich gesagt So, wir mussten wieder von Anfang anfangen, weil wie gesagt neuer Build, aber das ist ja kein Ding Ja, wir testen ja das sozusagen für euch auch aus, ja Und wir machen uns gleich mal auf den Weg und versuchen als allererstes einen Bogen zu craften Ich hab Angst, also wirklich Angst, aber du darfst das machen und, ähm Notfalls fangen wir halt wieder von vorne an, ihr kennt's ja nicht alles mittlerweile Ja, ja, eben Aber der Fleischback stand übrigens nicht dabei Fleischback? Ja, der Back, äh, wenn du Fleisch kochst oder es verzehrst Achso, ja, das, wir wissen ja immer noch nicht genau an was das lag Ich sammle mal Steine ein, ich weiß zwar nicht, was wir noch daraus machen könnten, aber So, was gab es noch für Build-Enderungen, ähm, mittlerweile braucht man für diverse Häuser nicht mehr, äh, spezielle Ressourcen Sondern wieder ganz andere Ressourcen, also noch speziellere Man kann ja eigentlich mal reingehen, man kann ja mal gucken hier unter K Da, ähm, da sieht man auch, man braucht jetzt hier überall, äh, irgendwie fast eine Sehne Ja, ist ja auch nur zynik, außer für die Zonex Ah, genau, unter J war es, so, unter J sieht man jetzt hier Crafting Table Ist jetzt endlich fest dazugekommen Die Schmiede ist einzeln dazugekommen Mit, äh, Stoneslabs, übrigens, ne? Genau, Stoneslabs Dragonstone Shard, das ist hier dieses Feuer Dieser Feuerstein, wo du da, ähm, dich verbrennen kannst Hier, da haben wir auch, Blood of the, Bl-, Drachenschmied ist das Alter, was haben sie hier alles dazugepackt Hexenkessel Das war ich noch gar nicht, Stonehouse Stonehouse, Woodenhouse, Wooden Shack, Townhall, Pike of Victory Also hier ist wieder einiges dazugekommen Ich bin ehrlich gesagt richtig gespannt, was uns da erwarten wird Ja, ich auch, kann ich nur so sagen und wieder bestätigen Ah, hier sind Loks, Gott sei Dank Soll ich mal das Feuer bauen? Ja, mach mal du wieder das Feuer Und ich baue mal wieder, wie immer, äh, mir die ganzen Sachen hier in Form von Klamotten zusammen Okay Oh, hier ist schon wieder ein Eber Ach, das hatten wir ja schon mal, ne? Mit dem Eber Der ist doch wieder immer Richtig Oh, ich sammle mal die ganzen Flüchte ein, du kannst das, das Zeug einsammeln Bleib hier drüber, Eber Aber der Verhältnis ist jetzt viel effizienter, ne? Da haben sie gut was geändert, ja? So wie das aussieht Also der war ja vorher immer so von wegen, äh, ich will nicht und äh, ich greife jetzt nur noch an Und jetzt hat er ja wirklich versucht, sozusagen, Überlebenskampf hat es sich schon angefühlt, weil er auch versucht hat zu flüchten, ne? Also er hat angegriffen und ist geflüchtet, also wirklich so Ja Eigentlich so, das ist so typisch so Hm, ich greife die jetzt mal an, die tun mir bestimmt, oh, die haben Stöcke, die hauen mich, ich geh wieder Oh mein Gott, ein Stock Nein, die wollen mich töten So Also die Baumwolle hat was vom Popcorn Ich weiß auch nicht Closedrips, was sind das denn da? Leatherstrips, uh, uh Die sammeln wir nicht ein, weil die hatten wir letztens mal schon Ich muss mal da hinten ans Feuer, weil wir sind nämlich ein bisschen Östelt es ein bisschen, oder ist nochmal Apfel? Überlegen Berries rum Hast du jetzt alle Ähm Closed ist eingesammelt, ja, Tatsache Also alle Kotten Ähm Ja? Habe ich falsch gemacht mit dem Feuer? Ich hab doch alles drin Ah nein, es fehlen noch Steine Ah Werden noch welche? Ob hier am Strand irgendwo welche rumliegen? Irgendwas kämpfst du schon wieder Ich bin gar nichts Okay, vielleicht hab ich schon wieder Wolf angelockt Oh, hier liegen nochmal Bären Yay Was fehlt? Steine? Danke, ich hab den Erfolg bekommen So, was esse ich denn erstmal? Du hast nicht länger Hunger Das ist ein kleines Ding Ich soll jetzt noch ein paar Bären essen Ich hab's sinnvoll gewesen, wenn mein Handy auf lautlos zu machen Ach, Quatsch Gekochtes Bärenfleisch oder geräuchertes Bärenfleisch? Oh, ich hätte gern geräuchertes Bärenfleisch Ich hab noch eine Sehne gefunden Oh, da ist noch keine Grafik da Das macht nix Ähm Da ist noch eine Sehne Ah, jetzt fällt mir grad ein Ich könnte ja jetzt mal versuchen, schon mal die erste Axt zu craften Genau, das dachte ich mir auch gerade Ich könnte auch einen Woodbow craften Echt? Ja Danke Jana, dass du da warst Wir sehen uns dann hoffentlich Also morgen geht es dann weiter mit diversen anderen Sachen Und ja, danke nochmal für das Abo Und Entschuldigung, bitte verzeih mir Ich crafte jetzt den Bogen Ich crafte den Bogen Auf die Gefahr hin Oh Oh Aus dem Craften kannst du ja Du darfst ihn nur nicht anlegen und benutzen Oh Oh ja, sieht so aus, als ob es ging Alter, wie lange braucht er denn jetzt für die Bäume? Wo ist mein, geht mein Bogen wieder her? Jetzt brauche ich nur noch Pfeile Äh Hier ist Rinde abgefallen Ja, so ging es mir vorhin auch schon Ich habe so ein bisschen rumgetestet Da hat mich auch der Baum mit Rinde überworfen Wir brauchen Rinde auch für irgendwas Ich weiß nur nicht mehr für was Ah, I und Kase noch zwei verschiedene Sachen Ich habe den jetzt hier mit so einer Axt, um das abzubauen Ich fand das ja jetzt schon immer nervig Aber das ist ja jetzt noch nerviger Er hat den Bogen in der Hand Er hat den Bogen in der Hand Ich glaube es nicht Er hat den Bogen in der Hand Das funktioniert, ja Ich suche nur noch, äh, Pfeile Äh, die findest du auch unter Waffen Und da sind, äh, ähm Ach, Flint Arrow, hier Genau Oh, ich brauche einen Flint mehr Ehrlich Find ich denn jetzt Flint auf die Schnelle? Hast du welchen? Ja, dann lass uns das doch mal machen Obwohl, warte, äh, dafür brauchst du jetzt noch die andere Wache Was war beim letzten Mal da? Du ernährst dich ganz schwach an diese eine Begegnung, die wir da hatten Weiß nicht mehr, was ich heute Morgen nach dem Aufstehen gemacht habe, droh deswegen Da war der klitzekleine Boss, den wir da gekitet haben Ach, ja, 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 genau Ähm, ja, wie gesagt, dann lass mich, oder hast du, hast du noch einen Flint? Einen Flint habe ich noch, ja, warte Dann werf mir den nochmal zu, dann kann ich auch Pfeile machen Warte mal, wie war denn das Werfen? Ne Ahnung, ich hab's einfach rausgezogen Äh, K Ja, aber es waren alle vier Wenn ich jetzt nicht so blind wäre Wie sonst immer Gleichzeitig zuhören Hier Kraft So, ich hab meinen Bogen Möchtest du den haben? Nö Dann kannst du auf Jagd gehen Okay Ich fahre ich mich jetzt mal hier durch den Wald, ganz vorsichtig Nee, Spaß beiseite Ähm, du hast ja eine Axt gemacht, ne? Ja Und es dauert verdammt lange, den Baum zu fällen Oh Ganz leise, ganz, 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 ganz ruhig Elf gefunden Edeln Headshots Kann mir erklären, warum der Bogen beim letzten Mal wahrscheinlich nicht funktioniert hat Weil der hat so eine Art Alpha Blending Der ist ein bisschen durchsichtig Kann mir gut vorstellen, dass das nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen Okay, ich hab grad eine Spende von dem Darkling erhalten In Höhe von einem Euro, das ist aber egal Das ist ja trotzdem Danke Und er hat gesagt, äh, heute krieg ich nur eine Kupferunze Weil ich mich, weil ich ihn mit meinem roten Panzer genervt habe Man muss dazu sagen, liebe Zuschauer Ich hab gerade hier davor, nach der Aufnahme, ein Mario Kart 8 Turnier geführt, deswegen Ja, das macht er gern, Turnier geführen Ja, darum Würde der Boxerspiel haben, würde er auch noch mitmachen Hab's getötet Juhu Und was hat er auf dem Kopf? Eile Oh, oh, Wolf, verdammt Zwei, ah, drei, Hilfe Komm her Wo bist du? Ich bin hier, und du? Äh, ich hier Da ist ein Skelett, auch noch Oh mein Gott, was ist denn jetzt wieder los? Was machst du denn da hinten ganz? Alter, wo bist du denn hin? Ähm Komm her Ich war, wie gesagt, ein Elch töten Oder war es ein Reh oder Keine Ahnung, Zuschauer, wie richtig mich Das war mein letzter Pfeil, jetzt haben wir ein Problem Mit meinen Fäusten Okay, alles cool Oh, hier war noch ein Pfeil drin Ja Hast du? Oh nein, ihr kannst nicht mehr looten Achso, hast du, gut Okay, jetzt habe ich nur keine Pfeile mehr Ähm, aber wir werden Irgendwann wieder Flint finden Wollte ja kein Problem sein Hast du, wenn wir uns jetzt einen Hammer herstellen könnten Ich weiß nicht, ob du dir einen Hammer herstellen kannst Nein, weil ich habe gar nichts mehr Ich habe weder Steine noch Da vorne wäre ein Flintstone, so wie das aussieht Das schwarze Ding hier Ich hau da mal mit den Fäusten drauf Los, vielleicht kommt da was raus Ah, komm schon Klingt sogar so, als ob da was rauskommen würde Ja Ja, die Sounds müssen noch angepasst werden Aber hey Ja, du hast Hände aus Stahl Hört sich zumindest an Was soll ich denn? Los Gib mir einen Flint Was? Ah, soviel zum Baum fällen Mein Naxx ist kaputt Ah, Mist Kann ich den reparieren? Ne, dafür brauche ich Steine Na toll Kann ich irgendwas hier craften? Ja, ich kann mir einen Bogen jetzt craften Ja, sehr gut Hab aber zwar keine Weile Aber ich kann mir einen Bogen craften Ich hätte noch drei Flint Du brauchst aber vier Okay Dann würde ich sagen Gehen wir doch mal in Richtung Küste entlang Küste Küste Hatten wir uns auch an der Küste? Was? Küsten wir uns an der Küste? Mit Zorn Nein Bitte nicht Gut Äh, ganz wichtig ist Ja Ah, genau Wir können auf die andere Insel Warte mal Wo können wir denn da rüber? Irgendwo ist ja doch ein Weg drüber Ich möchte jetzt ungern über die Schollen gehen Die andere Insel? Ja Die hier vorne Okay Ich gehe einfach mal durch Ja, das ist auch bestimmt nicht kalt, das Wasser Ja doch Aber ich kam noch durch Hier gibt es jedenfalls auch noch sowas wie Flint Oder so Achso, okay Was hier rumliegt so Ja Ja, was haben wir hier? Stein Oh, mein Inventar ist voll Ja, warte, ich habe noch ein bisschen Platz Dann nehme ich dir den Stein weg Ja, okay, gut Boah, was haben wir hier alles zum abbauen? Stein Na gut, irgendwie müssen wir uns einen Axt herstellen Äh, einen Hammer herstellen zum abbauen, ne? Warte mal Hammer, 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 Hammer Stonehammer Mist, ich habe keine Szene Ich hatte doch vorhin eine aufgesammelt Warte mal Ich könnte dir einen Stein geben Ich könnte dir einen Stein geben Okay, warte, warte, warte Ich werfe jetzt hier den fernen Ding hier weg Und du gibst mir einen Stein Wobei, ich brauche ja mehr als nur einen Stein Für den Hammer brauchst du nur einen, hast du? Ich habe dir aber auch zwei zugeworfen So Steinhammer Stone hatchet Stone Oh, Steinschwert Oh Ich bin nicht mehr ganz so unbewaffnet Was ich nur ein bisschen schade finde Ist, dass die Steine Müssten mehr rumliegen Finde ich so Ich kann den Hammer jetzt gerade mal nicht aufnehmen Weil, Inventar voll Hier sind noch Pfeile für dich, komm Komm So, jetzt muss ich das ein bisschen umswitchen Wir hätten uns erstmal eine Tasche craften sollen Oder so, hm? Ja Ja Danke So Jetzt brauche ich das mal hier ab Mal gucken, was wir da rauskriegen Ich laufe hier mal Erkund dir das ganze Mal Ah, da ist ein Stein Kohle Das ist Kohle Kohle Uh Das hört sich eigentlich gut an Ja, eigentlich schon So gesehen Guck mal hier, ob ich mit meinem Stöckchen hier ein paar Äste abbrechen kann Von dem Was auch immer das ist Geh doch mit der Hand Ja, ich hab aber gerade Gerade keine Hand frei Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Das gute alte Lied Mal mehr Äste abbrechen Das ist So, jetzt haben wir gleich ein Problem Es wird Nacht Ja, das macht doch nichts Wir sind hier auf unserer Insel sicher Sicher? Ne, nicht, aber Zum Reparieren brauche ich Whetstone Was? Whetstone Whetstone Was ist denn jetzt schon wieder Whetstone? Rüchter Stein? Schmeiß ihn ins Wasser Für das wird er dann voll Ich glaube, da macht es sogar fast mehr Sinn Mir eine neue Neue Axt zu machen, ne? Ja, eigentlich schon Das Problem ist bloß Eine Axt Doch, doch Da kann ich mir noch einen herstellen Kann ich sogar ins Inventar legen Wunderbar So, dann kann ich hier die Kohle einseilen Hey Gut Aber hey Wir haben jetzt dann gleich Gut Eine Folge überstanden Ohne, dass das Spiel abstürzt Ja Also das Wir haben in den letzten 5 Tagen Ganz schön was geschafft Da kann ich mich gar nicht beschweren Ja, ja Muss ich sagen, ist gut, ja? Ich hör mich jetzt erstmal am Feuer auf Weil mir nämlich kalt ist Ähm Okay Falls es dir nicht aufgenommen ist Die müsste auch noch kalt sein Ja, mir ist eiskalt Oh, und ich bin gleich am sterben Wie immer Ja, du bist gerade Total tief ins Wasser, ne? Hier hinten ist das Feuer Links von dir Ich bin gleich da Okay Gut Aber wie der Pox schon sagt Wir haben gleich eine ganze Folge hinter uns Ja Schreibt mir in die Kommentare Was ihr jetzt so von dem Update haltet Was ihr denkt Wie das Spiel sich doch weiterentwickeln wird Das würde mich mal interessieren Was ihr so darüber denkt Ah, denn, ja Ja Es tut sich was Es tut sich was Äh, Bark Ah, hier kann ich Bark Basic Bandages Lark Feather Äh, Lark Feather Large Feather Lark Feather Mhm Mhm Ja Pass auf Wollen wir nicht uns Nein Ja, was? Die Workbench wollen wir uns nicht angucken Wieso? Äh Weil wir erst dann ein Crafting Table dazu brauchen Dazu brauchen wir Wooden Planks Okay Gut Crafting Table Wooden Planks Und wo kriegen wir die Wooden Planks her? Ähm Gucken wir mal Vielleicht kann man die ja so craften Wooden Planks Und dafür brauchen wir Viermal Holz Oh, leckt mich doch am Arsch Oh, leckst du dir davor, ha? Ähm So viel haben wir doch gar nicht an Äh Also so oft kann ich doch gar nicht damit zuschlagen Sondern hier das jetzt braucht Hier So ein Ex Ich weiß nicht Wir können ja mal zusammen zuschlagen Ich bring's ja was Nein Ja, das geht nicht mehr Nein Nicht bei uns Nicht bei Bäumen Okay Und hallo an den Cap Game LP Der jetzt erst leider erschienen ist Aber egal Du kannst ja unten die Das erschienen ist Und nicht gekommen Habe ich das laut gesagt? Ja Manchmal lieber Fox Solltest du lieber das Denken Nicht laut aussprechen Du kennst mich doch Deswegen sag ich's ja So, wie viel Holz brauchen wir jetzt für dieses Crafting Ding da? Also wir Warte mal Nochmal Ähm Wooden Plank Wir brauchen vier Loks Äh, Wooden Plank Ja, vier Ja Ja und Wollen wir für die Crafting Table Zwei Zwei? Nein, vier Entschuldigung Oh mein Gott Vier Na toll Also erstmal essen Ist Rinde Was auch immer man damit machen kann Ähm Ja, Tro Also Wollen wir den Tisch in der nächsten Folge aufstellen? Ich würde sagen Den Tisch stellen wir in der nächsten Folge aus 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 Ja Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen Und sage wie immer Ich bin euer Tro Haut rein Tschö tschö Tschüss